Es wird wieder Zeit für die lustigsten Fußball-Fail-Skills und Tore. Part 8, Freunde. Lasst ein Like da, wenn ihr Part 9 sehen wollt. Dankeschön für euren Support. Gerne kostenlos abonnieren. Let's go. Oh nein, er ist nicht noch mit dem Skorpion. Bro, wie geht dieses Video los? Was war das? Erstens schafft er den Fallrückzieher nicht, trifft den Ball nicht. Und zweitens macht er noch den Skorpion, aber komplett in irgendwelche Steine rein. Bro, warum grätscht er ihn weg? Hä? Einmal eine Blutgrätsche dem Friseur geben? Auch gut. Wohin wollte er? Er wollte aus dem Bild laufen, dass man ihn nicht sieht auf der Kamera. Mbappé 9. It hasn't even been 24 hours. Ich schwör's euch, vor dem Transfer von Mbappé hatten Leute schon Real Madrid Mbappé-Trikots. Schurrasz im Internet. Schurrasz im Internet. Tschüss. Schurrasz. Hat er ihm ins Gesicht geschossen? Ja man, gegen Kopf. Voll gegen Dütz. Ich finde, die spielen so krank, diese Brasianen. Ich habe das letztens am Strand mit meinen Jungs probiert. Wir haben das auch relativ gut hinbekommen, aber das sah niemals so aus wie bei denen. Aber da wollten auch immer viele zu viel. Ich sage euch, wenn ich das mit meinen Kollegen mache, der eine probiert, Ball anzunehmen, versucht einmal um die Welt zu machen, der andere will irgendwie Scorpion Kick machen auf den anderen und so. Spiel doch einfach First Touch oder Two Touch. Wozu immer dieses einmal um die Welt fax, ein Ball fällt runter auf Quatsch. Lass doch erstmal hochhalten. Wenn du so gut bist wie die, dann kannst du es dann irgendwann machen, aber doch nicht, wenn wir eh schon Struggles haben, den Ball 50 mal hin und her zu spielen. Lass bitte dein T-Shirt an. Digga, lass bitte dein T-Shirt an. Das nützt alles nichts. T-Shirt ausziehen hier, quatschig. Der Touch war geil von ihm dann, direkt mit dem Antritt, ne? Und die Grätsche war halt, der war weg. Wer wollte denn, das ist rot. Das ist rot, Shiri. Und der Shiri gibt gar nichts. Komm mal. Komm mal. Der Shiri hat einfach gechillt, der hatte gar keinen Bock da hinzulaufen. Boah, was? Wie alt sind die? Bro, so ein Schuss mit dem Alter? Der ist 12 oder so, aber hat den richtigen Jubel mal wieder gemacht. Der erste T-Shirt oder der zweite? Okay, ist gar kein T-Shirt. Ist aber ein Bubba-Skill gewesen. Oh, T-Shirt war schon geiler. Obwohl, der erste war auch hart. Eins oder zwei. Ich nehme den ersten. Starker Schuss. Starker Schuss aber auch. Schuss. Oh, hey. Ja, super. Ah, ja, okay. 1-1. 2-1 für Blau. 2-2. 3-2. 3-3. Ach, das war Dings. Fabregas und so. Habe ich jetzt erst gecheckt. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich habe nur auf den Ball geachtet. Point of view, du bist ein Freestyler. Geil. Oh mein Gott, hat er ihn vorbeiger rutschen lassen. Wenn er auch noch vorbeiger rutscht, ist es feierabend. Okay, immer drei. Einer zu viel. Einer zu viel, Bro. Mach ihn doch jetzt endlich mal. Digger, er hat Messi-Trikot. Da ist Messi-Sound, er macht trotzdem sü, Jubel. Ah ja, diese Clips liebe ich auch von Torbüter. Point of View. Boah, was eine Parade. Geil. Division-One-Goalkeeper ist das übrigens, also Liga 1. Der macht aber auch echt starke Paraden, ne? Gute Reflexe auch. Messi macht doch niemals ein Rabona. Fake-Video. Ole. Nein, er hat ihn einfach getreten, der Bayern-Fan. Ole. Ole. Corona davor gehalten. Auf den her steuert ihn. Hä? Sie die ganze Zeit mit Schultern, ne? Guck, sie hat jeden bis jetzt mit Schultern genommen. Jeden einzelnen. Jetzt mit Kopf. Noch klein hat sie mit Fuß genommen. Nimm mal mit Fuß. Ja. Nein, lass dein T-Shirt an. Lass dein T-Shirt bitte an. Er lässt es an. Hauptpreis aber, neue Season, neue Meter. Maximale Aura, der Typ. Der war geil. Alter, der ging, glaube ich, in den Winkel. Ah, der ist Klassiker. Boah, der war heftig. Der letzte war es. Der letzte war es. Touch plus Finish. Wait. Der Touch. Und jetzt der Finish. Gut gemacht. Die spielen Runde einfach. Aber mit dem Fußball und dieses andere auf richtig ernst spielen die Runde. Spieler, die du nicht gegen die Runde spielen willst. Die sind gegen die Runde. Die sind gegen die Runde. Obst du ein Timo Werner. Ponytail Ramos. Digga, was ist das für, 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 für. Ja, Digga, das ist Ramos. Oh, Klaus macht ihn. Oh, Tips macht ihn auch. Oh, Ballerdi auch. Vicos? easy chip in die mitte korea boah koreas schuss war der beste freekicks klaus super schuss oh mein gott tipps super schuss alter war trotzdem super ok ja bro und jetzt tut hat jetzt bin ich gespannt die haben alle richtig geilen touch alter aus einer bewegung dafür war der gut alter diese schusstechnik von den halt der touch war verrückt der hätte gut und gerne mal reingehen sollen was freunde lassen leichter lassen kostenloses abo da das waren die lustigsten fußballfeld skills und tore aber wieder eine sehr coole episode dankeschön support bis zum nächsten mal ciao